ja was ist mit meinem bruder ich bin sie mag ich wollte euch nur kennenlernen endlich aber wie soll ich euch einen tee holen ja wenn ihr möchtet ja natürlich nicht für meinen prächtigen grad ich war nun die manchen hat den prächtigsten bad von uns allen ja erst noch der ältere nicht wahr ja natürlich ich wusste es der falsche habe mir ist wieder her falsch würde ich nicht sagen ein anderer aber ihr habt kein bad erzählt wenn meine kajüte sofort alle kein abel mir nämlich ihr wisst ja ich habe ich habe fleißig gebetet seitdem unser abel mir seitdem unser abel mir verletzt ich habe fleißig gebetet die tür zu ja natürlich natürlich aber ihr habt gefragt was passiert war ihr könnt auch nicht einen solchen tumult vor dem was sollen denn die männer denken die moral ist sowieso schon im marsch nun vielleicht beginnt ihr am anfang an was passiert ist an diesem tag und was genau mit mir passiert das vor allen dingen wir lagen im seelemerhaven ich kann nicht genau sagen was passiert ist aber es war spät nachts fast schon in den morgenstunden kam von einem ausflug in die stadt zurück und kam an eurer kajüte vorbei die tür stand offen und ihr lagt in eurem blut und das klingt nicht erhoffnungsvoll und sieht weiter findet ihr es etwas lustig konnte die täter festmachen wie sollten wir das tun wenn abel mir nicht mehr da ist mit diesem haufen ich habe ihn verfolgt in die stadt dabei selbst fast noch das leben könnten ihn zuordnen war es ein nachtwind nein was sollten nacht wenn ihr von einem einfachen nachtwind nach abel mir jetzt scherzt ihr aber ich meine nicht den vogel sondern ist ja diese magier die magier jagen ja die hat abel mir gefrühstückt hat er die nun mehr oder was planten nicht so morgen und war dabei erfolgreich konnte das herausfinden naja darion palygan vermutlich also habe mir war ja allen 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 wieder sachen ein dorn im auge vielleicht haben sie es sogar zusammen getan jetzt nicht so in den arsch das ist ja furchtbar naja jetzt haben wir wieder ein abel mir dann sollten wir vielleicht auch nicht direkt wieder feiern das tust du schon ganz alleine wir sollten ihn am besten hier behalten das auf jeden fall vielleicht könnten wir das ganze auch ein bisschen dezenter tun und nicht so auf diesem zwergischen weg immer was heißt ich bin eure elenden diskussionen leid wir sind am arsch aber mir war unsere einzige hoffnung er hat den wahren namen der plagenbringer nirgendwo aufgeschrieben er ist mit ihr gestorben in seinem kopf ach ihr sind den wahren namen nun das könnte ich euch jetzt hier auftaucht ist ein witz nun ich könnte euch eventuell damit aushelfen du hast den wahren namen er hat aber das macht sinn er hat in den unseren den aufzeichnungen von abel mir lesen können und sie entziffern vielleicht bist du uns ja doch noch von nutzen nun groß hat ihn zu uns gesandt in unserer stunde der größten not und angrosch sagte schon immer ein gutes stück das geschaffen ist muss genutzt werden ein hammer ist erst dann gut wenn er auf den ambos brischt nicht wahr ja ihr stimmt mir alle zu und dieser hammer abel mir wird unser hammer sein gegen den anrückenden feind gegen darion palygan den namen nutzt uns auch nichts wenn da abel mir wieder abhaut er muss hier bleiben ja ja aber überlegt einmal überlegt einmal vielleicht ist es ein plan unseres habe mir ist gewesen eine eine art notfallplan dass er einen anderen habe mir beschwört sollte vielleicht hat er es geahnt ja ja aber warum ist es denn dieser nicht schlafen der letzte ist wieder der letzte ist wieder verschwunden als er geschehen wir werden lange nächte zusammen verbringen wir viel reden können wir werden zeit haben ich werde euch so viel von abel mir berichten sie mag es ist ein wunderbare lauten spieler er kann euch sicherlich mit ein zwei liedern beglücken wie wir es anfangen wenn ihr mir die aufzeichnung dieses abel mir bringt um sie studieren zu können und mit meinen vergleichen zu können das wäre hilfreich für uns alle nicht wahr haben wir nicht das beim letzten mal schon getan und das einzige was wir bekommen haben war irgendein wahrer name der wird scheinbar von palygan haben sollte abel mir hätte damit was anfangen können hier nicht mehr er ist nicht hier zu müssen nicht in dieser linie aber mir etwas ganz anderes ich habe euer lieblings essen gekocht straußenfleisch möchtet ihr ein bisschen nach ihr habt endlich diesen verdammten strauß gebraten gut welchen strauß wir haben mehrere an bord vergisst es vergisst es einfach ja seitdem ihr gesagt hat dass ihr unbedingt mal wieder strauß essen müssen haben ich und die zwerge uns natürlich sofort darum gekümmert aber mir du kannst uns nicht verlassen ohne dich sind wir nichts nun ihr habt eure gemeinschaft natürlich seid ihr welche gemeinschaft sie uns doch an aber mir habt ihr schon mal zeit mit denen verbracht einmal mit profis arbeiten könnt ihr nicht einmal beim thema bleiben glaubst du ich werde mich mit mit zulamin abgeben wenn ihr nicht hier mehr hat wenn zulamin schnell genug laufen könnte wüssten wir vielleicht auch wer abel mir ermordet hat aber nein zulamin wurde ins bein geschossen konnte nicht mehr laufen ach ja du hast du gemalt ja ihr hättet ihn ja gerne selbst verfolgen können wie man auch das alles was ungemalt als er malet waren es vielleicht würde er jetzt mal ruhe bewahren und gemeinsamkeiten besinnen wir haben keine gemeinsamkeiten deswegen hier sei und da und parlor aufzahlen dass euer grund nichts anderes ist nicht interessieren keinen und meinst du wir brauchen dich eltern denkst du wir können mit irgendeinem daher gelaufen zaubernden künstler irgendwas anfangen du bist nur wegen abel mir hier gewesen von mir aus kannst du auch direkt wieder gehen, Kapitän. Glaubt ihr, wenn wir schon einen Hafen angelaufen hätten, wäre ich noch hier? Kapitän, lass das. Dann kannst du auch über die Planke gehen. So, jetzt reicht es aber, Kinder! Seid jetzt mal ruhig. Wir sind euch auf die Gemeinsamkeiten und nicht auf eure Unterschiede. Vielleicht auch, ob wir hier mit grenztibilen oder unfähigen oder sonst irgendwelchen Idioten zu tun haben. Eine Sache ist klar. Ich und mein Bruder, wir haben uns der Sache angeschlossen, weil wir an die Sache glauben. Und das haben wir wegen Abelmir gemacht. Abelmir, ohne dich läuft's nicht. Also, du schuldest uns das. Ich gebe dem Zirk ja ungern recht, aber wenn der Zirk mal recht hat, ich meine, das ist sehr selten, aber gerade hat er mal recht. Abelmir, sie müssen hierbleiben. Ich... Sie werden hier, wie das hier abläuft. Ich kann nicht hierbleiben. Ja, das... Es liegt nicht an mir. Dann sind wir verloren. Ihr seid nicht verloren. Wir werden eine Möglichkeit finden, dich hier zu behalten. Das könnt ihr nicht. Wir standen schon vor... Ach, wir stehen noch für größeren Problemen, aber wir haben schon andere Probleme dieses Kalibers bewältigt. Und, wir haben hier dieses Problem bewältigt, indem wir zusammenarbeiten, nicht wahr? Nein! Wir haben Abelmir gefragt und er hat's gelöst. Jedes einzelne Mal hat Abelmir es gelöst. Doch, Kinnas. Also, wir machen das folgendermaßen. Ich bitte Angrosch, ein Anker zu schmieden, dass Abelmir hier bleibt. Damit verankern wir ihn hier, Mr. Maaßen. Das wird nicht gelingen. Was willst du sagen, dass Angrosch nicht die Möglichkeit hat, dich hier zu verankern? Ja. Es liegt nicht in seiner Macht. Das hätte Abelmir nie gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt der echte Abelmir bist. Du hast nicht mal den Schnurrbart. Ich bin einer von vielen. Und ich gebe euch den Rat, besinnt euch auf Gemeinsamkeiten und nicht auf eure Unterschiede. Ihr müsst zusammenarbeiten, egal, was ihr von dem anderen hält oder nicht. Dann werdet ihr siegen. Sonst werden wir untergehen. Ob mit mir oder ohne mich. Abelmir, mit euch gehen wir natürlich nicht unter. Aber habt ihr schon mal mit deinem Alan Fahner zusammenarbeiten müssen? Mit einer Frau, die alles mitgehen lässt, was sich bei drei nicht festnagen lässt? Und zwei Zwerge, die den ganzen Tag so viel trinken, dass man nicht mal Zeit hat, seine Pinsel vernünftig auszuwaschen? Ja. Ja, dann heult doch, Eltern. Ich würde, wenn ich dafür noch Zeit finden würde, bei diesem ganzen Gemecker jeden Tag von euch. Heulheulwäse. Das sind vergabte Zwerge. Ich glaube, ja. Werde nicht gewinnen, so wie ihr euch freundet. Aber mir, ein Ruck geht durch dich, als würdest du gestoßen worden sein. Vielleicht von einem Rafim. Wirst gedrückt, am Rücken gepackt und dann stürzt und stolperst du. Du versuchst, dich zu orientieren. Du verlierst aber die Orientierung und dann ist da irgendwas Weiches. Du machst die Augen zu, versuchst dich abzufangen, als du dich drehst und dann krachst du polternd gegen irgendetwas Heißes. Du schreist kurz auf, verbrennst dich und du merkst, dass du hinter dem Sofa von Zulamin liegst. Die Schale mit dem Glut und dem Feuer ist wohl gerade etwas umgestürzt und du kommst gerade wieder zu dir. Zulamin? Abelmir, um Himmels Willen! Sag, welches Jahr haben wir? 1031. Abelmir, nicht, dass der Teppich brennt. Wartet, lass mich. Abelmir, du bist so ungeschickt. Abelmir, bist du vom Sofa gefallen? Er muss eingeschlafen sein. Nein, es schmiert sich. Die Zeitverschiebung, die Dimensionsverschiebung, wir nehmen zu. Ich muss bald von den Enden und geraten die Dimensionen völlig durcheinander. Ist alles in Ordnung? Nein, es ist nicht in Ordnung. Ihr wirkt so traurig. Ich habe, wie es scheint. Ich habe, den anderen Abelmir nicht getroffen, seine Gefährten, sie stritten sich und er war tot. Ich war tot. Oh nein. Das muss ein großer Schock für euch gewesen sein. Nun, ein größerer Schock war es, wie sie stritten wie Kinder. Na ja, Abelmir, aber du hast doch gesagt, ich bin da gar nicht, ne? Ja, dann kann das. Du warst nicht dort, aber ein Gefäter aus alten Zeiten war dort. Eltern der Maler. Abelmir, wenn ich nicht bei der Reise dabei bin, was ist denn das für eine Reise? Ja, und Simax war auch dort. Was? Ja. Und dann war es bestimmt wunderbar. Nun, ihr wart kein Geode, ihr wart Priester. Das Angroche? Ja, ja, das wäre wohl aus mir geworden, wenn Simax nicht gestorben wäre. Ja, habe ich euch das nie erzählt? Ja. Sie sind wohl verloren. Sie können nicht gewinnen, wenn sie so zerstritten sind. Es nimmt zu. Wir müssen es beenden, bald. Sonst, ich weiß nicht, was dann passiert. Naja, also wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Ich habe mich schon gefragt, warum du heute so lange geschlafen hast. Und, haben wir immer diese Verabredung mit Tuberic? Ja, ich hätte euch gleich wachgetreten. Na gut, dass ich wach geworden bin. Es kommt drauf an, ob man euch gerne wachtritt. Verzeiht, die Flecken, Brandflecken im Teppich. Ach. Das, das ist nicht weiter schlimm. Ich war nur kurz in Sorge wegen dem Schiff. Um es mit Rafims Worten zu sagen, dieses Schiff wird sowieso in drei Wochen untergehen. Also, was sollen ein paar Brandflecken auf dem Teppich? Nun, es ist zumindest ein guter, eine gute Erkenntnis. Man kann das schon wiedererkennen, wenn ich in dieser Zeitlinie bin. Schät ihr? Naja, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich überall Brandflecken machen sollte, blöd, aber das ist noch öfter passiert. Ist doch nicht blöd genug, um uns mit diesen Leuten zu verwechseln. Ich bin eindeutig kein Angoschpriester und Rafim ist hier und keine Ahnung. vielleicht ist das die Lösung. Du musst ihnen einfach sagen, die müssen einen großen Alan Fahnder finden, der Rafim heißt, der wird sie zum Erfolg führen. Und ich fürchte, dafür ist keine Zeit. Sie müssen ihre eigenen Zeitlinien meistern. Was denkt ihr, wird das Auswirkungen auf uns haben, wenn sie scheitern? Und es gibt es gibt so gesagt parallel sympathischere Kopplungseffekte. Ja, das Wort sage ich auch sehr gerne. Sehr oft kommt das in meinen Unterhaltungen vor. Boltax, würdest du es noch mal kurz für die Erläuter, die es nicht so oft hören? Nun, ihr kennt doch die Kausalknotentheorie, nicht wahr? Ein ständiges Thema zwischen mir und meinen anderen Chorgeweihten, ja. Gut, dann muss ich das ja nicht weiter ausführen. Vor dem Kausalknoten findet eine Verengung statt und danach findet eine Auseinanderfächung statt. Man kann sich das Ganze vorstellen wie ein, nun ja, Delta eines Flusses. Aber alles konzentriert sich auf diesen Kausalknoten, nicht wahr? Also, bei uns wäre das jetzt, ob wir die Schlacht gewinnen oder nicht? Genau, das ist der Kausalknoten, um den es in jeder Realität, in jeder Zeitlinie, in jedem Kontext geht. Diese Schlacht ist einer dieser fixen Punkte, in jeder Realität, in jedem Kontext, in jedem Sein. Ja, und wenn wir verlieren, dann gibt es Sachen, die passieren, und wenn wir gewinnen, gibt es Sachen, die passieren. Genau, aber die Sachen wirken sich nicht nur linear aus, sondern auch in allen anderen Ebenen. Das ist zumindest eine Theorie, diese parallel-sympatrische Rückkopplung. Also wenn alle anderen verlieren, dann verlieren wir auch. Nun, nicht zwangsläufig, es ist eher ein... Kennt ihr das Spiel Domino? Ihr meint dieses... Das haben diese allanfanischen reichen Kinder gehabt. Die hatten so schöne Steine und dann haben die die von ihren Sklaven aufstellen lassen und am Ende hat das allanfanische Kind den Sklaven getreten und dann diese Steine, ja? Genau, und jetzt stell dir vor, es wird ein Sklave von links nach rechts getreten und einer von rechts nach links und sie prallen gegeneinander. Dann hebt sich die Wirkung auf, aber wenn beide nach links oder beide nach rechts getreten werden, dann neigt sich das Schicksal in eine Waagschale. Wie auf einem Sklavenschiff, wenn man alle Sklaven auf die rechte Seite zuerst rudern lässt, dann kriegt man Schieflage. Ganz genau so. Und in dem Fall hat unser Ja, dann müssen wir auf unserer Seite kräftig rudern. Nun, dafür sind wir da, aber jede andere Realität muss auf ihrer Seite auch kräftig rudern, dass es nicht zu so einer Schieflage kommt. Das heißt, es kann sein, scheißegal, wie sehr wir uns anstrengen und am Ende gewinnen, dass wir trotzdem verlieren? Auf unserer Ebene ja. Naja, aber es kann ja auch aus der anderen Anrichtung sein. Ganz egal, wie schlecht wir sind, vielleicht gewinnen wir trotzdem. Das wäre auch möglich. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Wir müssen uns auf unserer Ebene konzentrieren. Unseren Erfolg müssen wir uns konzentrieren. Alles andere zählt nicht. Nur hier können wir etwas beeinflussen. Vielleicht sollte ich nochmal ein bisschen Schwertkampf üben, aber mir ist es ein guter Punkt. Also ich würde den anderen Ronga ungern im Stich lassen. Ich mag den Kerl. Würde sie mag es ungern im Stich lassen. Einmal habe ich ihn ertrinken lassen. Das würde ich ungern ein zweites Mal tun. Oder zehntausend Mal. Ich weiß nicht nicht, wie viele weitere Realitäten es gibt. Noch multiple? Meint ihr, gibt eine Realität, in der ich in einem Ei geboren bin? Ja. Möglicherweise. Möglicherweise wird er als Frau geboren. No. Ich bin mir nicht unsicher, ob es nicht diese Realität ist, Trafim, in der du in einem Ei geboren worden bist. So wie du heute strahlst. Wenigstens sagt mal einer, was wir alle denken. Aber gut. Einmal Ausschau danach, Abelmir. In Ordnung. So, und wir sollten zu diesem Magier zum Kaffee trinken gehen. Tee, Tee. Fühlt ihr euch dann gut genug, Abelmir? Ihr solltet in euch ruhen, wenn wir dort hingehen. Lieber kommen wir ein wenig später. Was macht das schon aus? Wir sollten eh nicht warten müssen. Meine Zustand ist nicht wichtig. Naja, Abelmir sagt das ja nicht häufig, aber ich glaube, wenn ein Mann Geduld hat, dann dieser. Ja, nur haben wir keine Zeit. Wie unsympathisch, dass ihr damit recht habt. Welsam, wie das Schicksal manchmal spielt. Manchmal hat man zu viel Zeit und am Ende röselt wie ein Weh Sand durch seine Hand. Nun, aus diesem Grund habe ich heute Morgen noch die Beerdigung unseres Bibliothekars organisiert, damit wir wieder etwas erledigt haben. No, sehr gut. Wie spät haben wir es? Nun, die Mannschaft ist gerade zu Mittag. Schau um eine Uhr. Ah, eine gute Zeit. Ja, wenn wir jetzt aufbrechen, sollten wir eigentlich noch pünktlich sein. So brecht ihr auf.